So Leute, willkommen zurück zu Part 11 von Diablo 3. Ich habe eben nur kurz ein bisschen was verkauft und ein paar Heiltränke gekauft. Mehr nicht, ihr habt also nichts Wichtiges verpasst. Eigentlich nur unwichtiges halt. Deswegen, ich habe euch erspart. So, jetzt sind wir halt auf der Suche nach dem Stab. Ich weiß auch ganz genau, wo der ist. Oh, da haben wir wieder 1050 EP bekommen. Und den ja zum ersten Mal gekillt haben. Oh, jetzt wird es ein bisschen voller hier. Ich sollte mich wegrollen. Oh nein, ein Baum. Ich hasse die Bäume. Die gehen mir sowas halt auf den Senkel. Deswegen muss er mir nicht so auf die Pelle rücken, oder? Was willst du hier vorne von mir, hä? Bleib stehen, Baum. Ja, 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 gut. Schnell die Kugel und weg. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Schön. Gold, Gold, Gold. Schrein des Schutzes. So, gehen wir direkt zum Karren, wo der Stab sich befindet. Nichts lange hier rumdödeln. Bringt sowieso nicht so viel. Können wir mal aus den Blumen rausgehen. So, einfach weitergehen. Einfach ignorieren, was da rumliegt. Meistersichel haben wir. Das hat ein Templer schon wieder für Spacken, Mann. Der schreit aber auch immer eng und Quatsch hier durch die Gegend. Kann der Baum mal aufhören, diese Pflanzen immer zu schmeißen? Stirb, 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 stirb. Gut, doch. Schnell, schnell, weg, 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 weg. Achso, da ist noch einer. Uh, der Kopf, habt ihr das gesehen? Wow. Das war ja mega. Mega. Da vorne ist auch schon der Karren. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt nämlich immer ein Gelber. Immer. Wo ist denn der Gelbe? Ah, da ist er, wie gesagt. Der kommt immer. Ich werde auch versuchen, den als erstes Roller zu hauen. Mein Hass ist nicht ausreichend. Oh, 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 oh. Oh, er ist tot. Das ist mein Templer. Oh, der ist schon wieder K.O. Ich muss warten, bis er wieder da ist. Ist der überhaupt? Ich sehe den nicht mal. Ach, da. Ey, wach auf, Typi. So. Gucken, ob da was Gutes bei war. Nee, natürlich nicht. Es ist nie was Gutes dabei. Volt. Ich hasse Bäume. Auf jeden Fall solche. Na toll, da kommt noch einer von diesen Wix-Dinger. So, jetzt stirbt doch mal hier. Da oben ist noch einer. Ich glaube das jetzt nicht. Warum sind hier so viele Bäume, die mich killen wollen? Komm, komm und weg, 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 weg. Lassen wir den Rest da oben liegen. Es interessiert uns eine Bohne, was darum liegt. So, jetzt sind wir schon hier. Nee, der Stab ist nicht euer. Das ist meiner. Stütti-Dom-Dinger. Scheiße, scheiße. Hier rücken wir ein bisschen dicht auf die Pelle. Der Tempter kümmert sich ja nur um einen, statt niemals zu helfen. Ach nö, ich schill mal hier um und kämpfe gegen den einen hier. Die anderen sind mir scheißegal. Idiot. Hier ist das nämlich echt gefährlich, weil hier sind wirklich sehr viele Gegner. Auf jeden Fall als Jäger ist das hier sehr gefährlich. Als Barbar, na gut, geht. Mönch ist das am einfachsten. Mönch ist echt einfach. Barbar ist auch nicht immer so super. Das Heim spielt eigentlich fast jeder an Barbar, ist auch mal ein sein. Keiner trot sich so am Jäger richtig ran. Au, wow, 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 wow. Ja, ich seh den Feind da. Du brauchst mir nicht sagen, dass er ein Feind ist. Meine Fresse, geht der mir schon wieder auf den Senkel. Obträumhafte Diener. Alter! Renn, 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 renn. Oh, fuck. Oh, oh. Jetzt wird's aber schwieriger. Bleib mir fern, bleib mir fern, Alter. Oh. Kann der Templar mich mal irgendwie heilen oder weiß ich nicht. Ah, nee, der ist grad schon wieder down. Na dann. Dann rennen wir halt ein bisschen. Autsch. Falle aufstellen, Falle aufstellen. Hoffen, dass er jetzt runtergeht wie Sahne. Ja. Oh Gott, das war knapp. Meine Fresse. Gottes Wille, ey. Mann, Mann, Mann. Es wird jetzt langsam schwer, schwieriger. Das merkt man auch. Ich glaub, wir sind noch im Akt 1, ne? Oh Mann. Wie wird's dann erst im Akt 2? Mit dem Jäger. Das wird schwer. Das wird echt schwer. Ich muss dann sehen, dass ich mir vielleicht besser Waffen oder irgendwie hole. Dabei haben wir auch noch nicht mal so viel freigeschalten. Das find ich scheiße. Ach, ich hab gar nicht geguckt beim Stufenaufstieg. Fällt mir grad an. Ah, das wiederholen wir gleich. Das holen wir gleich nach. Ich hab gar nicht geguckt, was ich Neues bekommen hab. Auf Stufe 12. Ja, genau. Jetzt müssen wir noch diese Gruppe da oben wegmachen. Und dann kann ich mal kurz gucken. Oh, da kommt noch ein Baum nach. Das glaub ich jetzt nicht. So ein Scheiß von Baum, ey. Haben wir den gut. Gut, jetzt gucken wir erstmal in Ruhe nach. Hier haben wir nämlich was Neues. Das ist verbessert. Das ist gut. Hier sind jetzt eine rotierende Klinge aus. Die eine Schneise in die Gegend. Hm. Ich weiß nicht. Wir können das ja mal ausprobieren, ob das besser ist als das andere. Ich weiß das ja nicht. Oh, nee. Obwohl, dann können wir es ja gleich mal ausprobieren. Okay, es ist absolut scheiße. Das wirbelt ja nur albern herum. Das ist ja mega kacke gewesen. Das sah eher aus, als würde ich da irgendwie Blumen umschmeißen. Also, ui. Oh, haben die Gegner jetzt Angst davor. Ihr armen Gegnerchen. Stirb, 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 stirb. Ich nehme die Heilpugel. Gut. Und weg. Die sind echt zäher geworden hier, die Gegner. Aber bis jetzt bin ich hier noch nicht gestorben. Das ist eigentlich ganz gut. Ich bin hier sogar mit den Barbaren schon abgekratzt. Weil ich zu viele Gehken ja auf einmal gepullt hatte. Der jumpt ja auch immer so mega und zieht alles an sich an. Stirb? Hallo? Ja, du? Ja, fein. Oh, nee. Unser Freund, der Baum. Hallo, Baum. Weg, 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 weg. Weg! Danke. Kannst du mal aus dem grünen Zeughaus gehen? Nee, ach, ich bleib lieber drinnen stehen. Es ist so schön hier. Diese Gifte einzuatmen, das ist super. Ja, schön. Dankeschön für den Tipp. Der Tipp nervt mich aber jetzt gerade ein bisschen. Steht ein bisschen im Weg. Ich habe gerade was Besseres zu tun, als da jetzt rumzuklinken. Oh, Aufseher. Ich hasse diese Dinger echt, ey. Als Barbaren sind die echt scheiße. Aber so als Jäger, das ist egal. Da kannst du ja immer weit schießen. Oh, die waren gut. Jetzt mache ich das, was er gesagt hat. Wo ist denn was Leeres jetzt? Hä? Ach so. Hier, ich habe, glaube ich, ein besseres Schild für dich. Ein besseres Schild. Ach. Ähm, ja. Bitteschön. Eine Waffe habe ich leider nicht, weil ich tue mir sorry. Oh. Der ist fast Level up. Ab Stufe 15 kriegen wir wieder was dazu. Oh, das ist super. So, jetzt sammeln wir erstmal den ganzen Scheiß hier auf. Oh, da war irgendwas Gutes, glaube ich, bei. Ein Köcher, ja. Alter, ich bin hier noch am Umbauen und dann kommt schon ein Gegner. Das ist doch frech. Okay. Störe, störe. Dunkelmond-Clan. Ah, der Dunkeljahrmarkt. Hm, schön. Dunkelmondjahrmarkt. Da sieht man wieder ein bisschen was von WoW. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Bäh. Ring des Bärens. Nicht vor unserer Nase. Ich glaube, wir haben noch kein Ring angelegt. Nein. Hör damit. Supi. Wo müssen wir jetzt hin? Findet den Innenhof. Das ist auch kein Problem. Der ist nämlich auch immer an der gleichen Stelle. Geht weg von mir, meine Heilkugel. Weg, weg, weg. Nein, ein Baum. Ich hasse diese Bäume. Alles auf dem Baum. Volle Kanne. Volle Kanne. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Weg? Husch. Ah, scheiße. Er schmeißt Blumen. Nein, ich möchte da nichts einladen. Mach mir das gut. Oh, das ist ein Schamane. Hier gehen wir auch voll auf den Keks, ey. So. Ach, wir sind gleich da. Oh, das wird cool. Safe Point. Kein Händler da. Toll, jetzt haben die mich gesehen und laufen. Jetzt muss ich auf die Warte. Ich glaube, er war bei der. Gefangenen aus Wurten gebrochen habe. Die Worte flossen aus ihren Mündern, die Blut aus seiner Wunde. Unsere Beschwörer können die Waffe auf euren Befehl hin einsammeln. Und der Feind wird nichts davon merken. Okay. Der Feind wird davon nichts merken. Wenn er das sagt. Gott, ey, da liegen so viele Heilskuchen. Aber nein, ich nimm Trank. Ach, komm, verschwenden wir ein paar Tränke. Gott, ey, mit dem Jäger Diablo gesehen. Das wird heftig. Das wird echt heftig. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Wäre bestimmt vorher eine Million mal sterben. Weil wenn das jetzt schon so hart ist, im ersten Akt. Mit diesem Dämoni, ja. Dann guten Appetit im zweiten Akt. Der ist nämlich echt nicht so einfach. Boah, ist der zerfetzt, ey. Boah. So. Jetzt folgen wir der Straße. Kein Gegner mehr da? So meinte ich das aber jetzt nicht. Blöder Scheißbaum. Weg, 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 weg. Oh, beinahe hätte er die Blume mit getroffen. So, jetzt sind wir auch schon... Wow, 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 wow. Oh, es hat sich... Oh, geil. Guckt euch die Falle an. Das ist ja mega... Wie laum die Dinger jetzt geworden sind. Oh, oh, oh. Das nehmen sie doch jetzt nicht wörtlich. Schon wieder ein Baum? Wo ist ein... Ach, da ist ein mächtiger Gegner. Scheiße, scheiße, scheiße. So viele Bäume. Fallen. Der Templar ist level up. Das ist gut. Jetzt hauen wir erstmal diese scheiß... dunklen Beschwörer da weg. Oder erst den Baum. Erst den Baum. Immer erst auf den Baum. Ach, da ist noch ein Baum. Scheiße, ich sollte nicht so weit rennen. Fucking. Muss der in den Templar einlegen. Also ganz da oben. Er bekämpft hat den Baum. Fuck, 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 fuck. Ich bin die Heiko gleich. Eine Falle schmeißen. Weg mit dem Baum. Oh, ist das schon wieder ein neuer Baum? Ich glaube, bäume sind ja niemanden. Fuck. Alter. Ja, genau. Stoß mich zurück. Vielleicht noch an deinen nächsten Baum rein. Ich glaube das jetzt nicht. Ich bin verbunden. Ähm, ja. Also, ähm. Hm. Wir sind tot. Zur Erinnerung, wir sind tot. Scheiße, so ein Dreckskacke. Das war echt mies. Wie viele Bäume waren denn da? Ich glaube, vier Stück oder so. Die haben doch echt den Arsch auf mir. Finde ich nicht nett. Überhaupt gar nicht. Oh, schon wieder Picher. Ich wollte gerade gemütlich da hinschälen. Weg, weg, weg. Oh, Gott, ey. Ich, da sind immer noch so viele Bäume, ey. Das ist ja so mega heftig. So, jetzt müssten wir eigentlich alle Bäume haben. Jetzt nur noch auf... Hallo? Verpiss dich von mir. Ich muss den... Ich muss den... Ah, das ist ein Rückstoßer. Scheiße, ey. Beschwörer und ein Rückstoßer, ey. Das ist zum Kotzen. Schnell, nimm mal eine Kugel. Noch eine Kugel. Jetzt hau den mir weg, aber... Der Hass ist nicht ausreichend. Der Hass ist nicht ausreichend. Scheiße. Gut, noch einer übrig. Noch einer übrig. Nimm eine Kugel, nimm eine Kugel. Oh! Weg, 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 weg. Kannst du mal... Du stehst da rum wie so ein... Echt. Oh, gepackt, gepackt. Oh, heftige Sache. Yay! Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Erst mal den ganzen Scheiß hier einsammeln. Gott, hier liegt richtig viel rum. Oh, ringendes Fokus. Anlegen. Jetzt meckert er gleich wieder rum. Die ist besser. Das glaube ich jetzt nicht. Mal kurz lesen. 1,60. Ne, die ist besser, die andere, weil die macht noch Kälteschaden. So, Leute. Das war's mit Part 11. 11, ja. Wir sehen uns in Part 12 wieder, hoffe ich. Bis gleich!